Christian Redl ist ein deutscher Schauspieler und Musiker. Seinen Durchbruch hatte er 1990 in dem Film Der Hammermörder. Er spielte bislang in über 100 Film- und Fernsehproduktionen mit. Leben, Herkunft, Jugend und Ausbildung Christian Redl, Sohn eines Lehrers, wuchs ab seinem sechsten Lebensjahr in Kassel auf. Er besuchte eine Waldorfschule, wo er im Alter von 18 Jahren William Shakespeare's Tragödie Hamlet in eigener Bearbeitung im Schultheater spielte. In seiner Jugend spielte er Schlagzeug in einer Band und er lernte später autodidaktisch das Gitarrespielen. Das Angebot einer größeren Band lehnte er ab, weil er Schauspieler werden wollte. Nach Schulabschluss ließ er sich von 1967 bis 1970 an der Schauspielschule Bochum ausbilden. Privates Redl war mit der Schauspielerin Malen Diekhoff verheiratet und ab Ende der 1990er Jahre einige Jahre lang mit seiner Schauspielkollegin Maja Maranoliiert. Er ist der Stiefbruder des Schauspielers Wolf Redl. Redl lebt in Hamburg. Karriere-Theater Christian Redl erhielt am Wuppertaler Schauspielhaus sein erstes Engagement. Von 1972 bis 1978 an den städtischen Bühnen in Frankfurt am Main engagiert, wo er u. a. 1976 in der Titelrolle von Peter Palitschs Inszenierung von Georg Büchners-Wolzeck spielte. Danach war an Theatern in Bremen und Hamburg engagiert, wo er mit Regisseuren wie Klaus Peimann, Luc Bondi und Peter Zadek arbeitete. An den Hamburger Kammerspielen spielte er in Kunst und der Todmacher, und am Sankt-Pauli-Theater in der Dreigroschenoper, in Sonnyboys und in Arsen und Spitzenhäubchen. Film und Fernsehen 1986 spielte Redl in Uwe Schraders Sierra Leone seine erste große Rolle in einer Kinoproduktion. Bekannt wurde er Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre durch Filme von Bernd Schadewald, vor allem durch die Hauptrolle in der Fernsehproduktion Der Hammermörder, die ihm den Durchbruch als Schauspieler brachte und für die er mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit Renate Krössner als seine Filmehefrau war er in der Rolle des Herwig Seitz, der seine Tochter sexuell missbraucht, in dem Fernsehspielfilm Angst zu sehen. Für seine darstellerische Leistung erhielt er eine Telestar-Nominierung. 1997 spielte er in Bernd Böhlichs Filmdrama Der Kindermord neben Maria Schrader und Jürgen Vogel die Rolle des Oskar Lehmann. Wiederholt arbeitete er auch mit dem Regisseur Matti Geschoneck zusammen, in der Rosenmörder mit Natalia Wörner in der Hauptrolle, neben Iris Berben in Ein mörderischer Plan und an der Seite von Maya Marano in dem Thriller Späte Rache. Abgründige Figuren spielte er 2002 in der deutschen Kinoproduktion Tattoo von Robert Schwendke sowie 2004 in Vatertag, einen Film der ZDF-Kriminalfilmreihe Nachtschicht. Ebenfalls 2004 stellte er den Generaloberst Alfred Jodel in Bernd Eichengers Kinofilm Der Untergang dar. Er wirkte darüber hinaus in internationalen Kinoproduktionen wie Krabatt von Marco Kreuzpeintner und die Päpstin von Sönke Wortmann mit. Seit 2006 spielt Redl den wortkargen, einzelgängerischen Kommissar Thorsten Krüger in der im Spreewald spielenden ZDF-Krimireihe Spreewald-Krimi, deren Folgen sporadisch gedreht werden. 2013 erhielt er für seine Rolle in Marie Brandt und die offene Rechnung den Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen als bester Nebendarsteller. Musik neben seinen Arbeiten auf der Bühne und vor der Kamera ist er auch als Musiker aktiv. 2003 brachte er ein musikalisches Hörstück mit von ihm bearbeiteten und eingespielten Gedichten und Balladen von François Villon heraus. 2005 erschien mit Das wilde Herz sein erstes Album mit eigenen Liedern. 2010 entstand in Zusammenarbeit mit dem Musiker Fladko Kukan Die Blumen des Bösen, ein musikalischer Charles Baudelaerabend, mit dem Kukan und Redl seit 2012 auf Tour sind. 2014 wurde das Album Sehnsucht veröffentlicht. Im Herbst 2016 folgte mit Luise das neu eingespielte Album, auf dem Redl mit seiner Band die Texte von François Villon vertont hat. Auszeichnungen 1991 Adolf Grimme-Preis mit Silber für seine Darstellung des Erich Rohloff in Der Hammermörder 1991 Goldener Panda als bestes Fernsehspiel des Jahres auf dem Internationalen Fernsehfestival von Sichuan in China für Der Hammermörder 2013 Auszeichnung als bester Schauspieler in einer Nebenrolle in Marie Brandt und die offene Rechnung durch die Deutsche Akademie für Fernsehen 2015 Studio Hamburg Nachwuchspreis bester Kurzfilm Publikumspreis Schuld um Schuld 2015 Badaloner Film Festival Best Actor Schuld um Schuld